Guten Morgen meine Lieben! Ja, ich begrüße euch heute zu diesem neuen Video. Und zwar haben sich ganz viele von mir ein Schminkvideo gewünscht, dass ich das doch mal wieder abdrehen soll. Und ja, ich muss mich gerade sowieso fertig machen. Ich bin gerade aufgestanden, wie ihr das erkennen können wahrscheinlich. Und ja, ich mache mich jetzt fertig, putze jetzt die Zähne, zeige euch so ein bisschen die Produkte. Vielleicht mache ich das auch im Schnelldurchlauf. Ich muss mal gucken. Aber auf jeden Fall haben sich viele von euch dieses Video gewünscht und das mache ich heute. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video und dann sehen wir uns nach dem Intro wieder. Shawn. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ein Abo natürlich auch immer gerne. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns einfach in meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.